Explosion bei Großbrand in Gärtnereigebäude Dichter Rauch ist kilometerweit zu sehen, bei der Explosion klirrten Scheiben in der ganzen Stadt. In Goch am Niederrhein steht seit dem späten Nachmittag ein Industriegebäude in Flammen. Gegen 15 Uhr und 30 Minuten ist am Höchsterweg ein Großbrand in einer Gärtnerei ausgebrochen. Eine freistehende Halle steht dort komplett in Flammen. Das Gebäude befindet sich direkt neben der B67 und der Strecke des RI10. Feuerwehrsprecher Thorsten Marten-Ers, unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte ereignete sich eine Rauchgastdurchzündung. In deren Folge sind zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr Goch schwer verletzt worden. Sie erlitten Verbrennungen, Lebensgefahr besteht nicht. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken transportiert. Die Behörden warnen über die App Nina, dass es zu Geruchsbelästigungen und Rauchniederschlag kommen kann. Es bestehen Beeinträchtigungen für die Gesundheit. Die Feuerwehr rät im Gocher Stadtgebiet die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es werden Luftmessungen durchgeführt. Die Hessischeitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsits